Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten FC News Video mit heute drei Punkten, wo ich mit euch drüber sprechen möchte. Es sind drei ganz unterschiedliche Punkte, daher lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir und ohne zu schnacken, starten wir mit Punkt Nummer 1 hinein. Und in Punkt Nummer 1 geht es noch einmal um Dejan Lubicic. Der Österreicher wurde jetzt quasi den kompletten Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Leeds United aus England wollte Dejan unbedingt haben. Es gab bereits ein schriftliches Angebot, was ja zwischen 3 bis 4 Millionen Euro gelegen haben soll. Und jetzt aktuell sieht alles danach aus, dass Lubicic beim 1. FC Köln bleiben wird. Was hier diesen neuen Stand ausmacht, dass Dejo beim FC bleiben wird, ist, dass Leeds United sich jetzt auf einen anderen Spieler festgelegt hat. Denn das Team von Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke hat jetzt Tanaka von Fortuna Düsseldorf ins Auge gefasst. Es soll bereits auch konkrete Gespräche mit der Fortuna, aber eben auch mit dem Spieler geben. Und er soll jetzt der neue zentrale Spieler eben bei Leeds United werden. Es gab Berichte aus England, dass Leeds das Angebot noch einmal erhöht haben soll. Und dass es angeblich ein Angebot von 9,5 Millionen gegeben haben soll. Aber dazu sagte Christian Keller auch bereits vor ein paar Tagen, dass diese Berichte mit der Wirklichkeit total auseinander gehen. Und ich muss auch sagen, da bin ich ausnahmsweise auch deutlich bei Christian Keller. Denn sollte es wirklich ein Angebot von 9,5 Millionen Euro gegeben haben. Also bei allerliebe Freunde, wir haben jetzt in den letzten Videos von mir oft darüber geredet, was kann Lubicic liefern? Für wie viel Geld sollte man ihn dann vielleicht doch abgeben? Aber bei 9,5 Millionen, sorry, dass ich das so sage, aber dann wäre der 1. FC Köln auch geisteskrank dämlich, wenn man ihn dann nicht verkauft hätte. Also dieses Angebot wird es wohl nicht gegeben haben. Wurde aber in den englischen Zeitschriften so berichtet, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Was aber Fakt ist, ist, dass ein Wechsel von Tanaka eben nach Leeds United sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und dann wäre diese Position, wo eben Leeds United sucht, besetzt. Und dann wird es da in jedem Fall kein Angebot mehr für Lubicic geben. Und daher sieht es jetzt danach aus, dass Sejo beim 1. FC Köln bleiben wird. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube aber, dass die meisten von euch sich freuen, dass Sejo bleibt. Weil rein fußballerisch ist er für die 2. Liga auf jeden Fall ein guter Mann. Und ja, es wird sich dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Spieler dann im kommenden Sommer dann eben ablösefrei geht. Aber wir sind im Hier und Jetzt. Hier kann Dejo auf jeden Fall helfen. Schreibt mir immer sehr gerne unten rein, wie ihr es findet, dass Tanaka wohl zu Leeds United wechseln soll. Und wir springen rüber zu Punkt Nummer 2. Und in Punkt Nummer 2 sprechen wir über Timo Hübers. Unser Kapitän fehlt aktuell krank. Er war jetzt die letzten Tage nicht im Training. Neo Telle aus der U21 wurde hochgezogen, um dann eben im Trainingsbetrieb teilzunehmen und Hübers sozusagen zu ersetzen. Es ist ein bisschen überraschend, weil er Rijats Mahic vorgezogen wurde, der ja schon ein bisschen mehr, sage ich mal, Profitrainingserfahrung hat. Aber Neo Telle auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler, den man auf jeden Fall auch für die Zukunft mal im Auge halten sollte. Es ist in jedem Fall so, wenn Timo Hübers, was wir aber natürlich nicht hoffen, ausfallen sollte für unser Spiel am Sonntag auf Schalke, dann wird natürlich voraussichtlich Dominik Hainz in die Innenverteidigung neben Julian Pauli rücken, zum einen. Und zum anderen würde dann Jan Thielmann eben als Kapitän für unseren 1. FC Köln auflaufen, weil ja dann eben Hübers, aber auch, ja, wie gefühlt immer, Marc Uth, ja, eben nicht zur Verfügung stehen. Daher wäre Jan Thielmann dann der logische Kandidat. Ich hoffe aber natürlich, dass Timo sich fit meldet am Donnerstag. Wenn ihr dieses Video seht, ist trainingsfrei. Und dann haben wir ja noch den Freitag und den Samstag. Und da hoffen wir natürlich, dass Timo dann zurück ist, denn, ja, er ist nicht nur Kapitän und Führungsspieler und unser wichtigster Verteidiger. Er ist meiner Meinung nach aktuell auch echt in einer extrem guten Verfassung und, ja, auch mit zwei Saisontoren bereits extrem torgefährlich. Aktuell nach unseren Standards, deswegen wäre das schon echt bitter, wenn Timo da am Sonntag ausfallen würde. Vor allen Dingen, weil er jetzt dann auch nach dem Schalke-Spiel dann eben erstmal in der Spielpause ist. Aber wir hoffen das Beste, dass Timo Hübers dann doch am Sonntag auf Schalke dabei sein kann. Und es geht rüber zu Punkt Nummer 3. Und in Punkt Nummer 3 sprechen wir über Damon Downs und Julian Pauli. Die beiden Top-Talente unseres 1. FC Köln sind beide für die U20-Nationalmannschaft von Deutschland nominiert. Ich denke, es ist eine coole Auszeichnung eben für die Jungs, da mal dabei zu sein. Bei Damon Downs hätte es ja auch die US-Nationalmannschaft oder Nachwuchs-Nationalmannschaft sein können. Er wird aber jetzt erst einmal dann für Deutschland auflaufen. Und ich denke, dass er da auch viele gute Talente aus dem deutschen U-Bereich trifft, mit denen er da zusammen spielen kann. Und ich denke, dass das seiner Entwicklung auf jeden Fall auch gut tun kann. Einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen, auch einfach mal ein bisschen andere Taktgebung, anderes Training, anderes Umfeld. Tut dem Jungen bestimmt auch mal gut, auch mal rauszukommen. Und ich denke, dass das auch ein Zeichen für die gute Entwicklung von Damon Downs ist. Auch wenn er jetzt zuletzt noch kein Tor erzielt hat, denke ich aber, dass das noch kommen wird. Denn er war jetzt gegen Braunschweig, fand ich zumindest da, auf jeden Fall relativ nah dran. Und hat da auf jeden Fall einige gute Offensivaktionen gehabt. Und diese werden auch in den nächsten Wochen irgendwann belohnt. Da muss man dem Jungen noch ein bisschen Zeit lassen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Fingerzeig eben für Damon Downs. Das Ganze eben auch für Julian Pauli. Denn bei Julian Pauli ist es so, dass er zuletzt in der U16 für eine Nationalmannschaft nominiert war. Und jetzt mit der U20 er dann endlich mal wieder, sagen wir mal, im U-Bereich ankommt. Und Julian Pauli ist aktuell, würde ich behaupten, beim FC wahrscheinlich so der Durchstarter, den man gerade vor der Saison vielleicht noch nicht unbedingt so auf dem Zettel hatte, dass er wirklich so einschlägt, wie er es eben bisher getan hat. Daher auch für den Jungen absolut verdient, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass Julian Pauli beim 1. FC Köln wirklich noch viel erreichen kann, weil ich schon glaube, dass er echt alles mitbringt, um jetzt in naher Zeit weiterhin die feste Größe eben neben Timo Hüber sein zu können. Und der Junge macht einfach Spaß. Was soll ich euch sagen? Also man hat das Gefühl, er kann mit beiden Füßen hinten gut rausspielen. Er ist selber nach Standards vorne, wie er kopfgefährlich. Und er bringt ein gutes Tempo mit. Also ein wirklich richtig geiler Junge, wo wir echt noch viel Spaß dran haben werden. Und mit der Reise jetzt zur U20 kann man da auf jeden Fall auch nichts falsch machen. Außer die Jungs kommen natürlich verletzt zurück. Aber toi, 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 das hoffen wir natürlich nicht. Hoffen wir natürlich, dass alle gesund zurückkommen. Der FC wird auf jeden Fall einige Spieler auf Nationalmannschaftsreise haben, wenn dann eben nach dem Schalke-Spiel die Länderspielpause ist. Dennis Hussein-Basic beispielsweise wird dann eben für die A-Nationalmannschaft von Bosnien auflaufen. Zudem wird dann wahrscheinlich Tim Lemperle, Jan Thielmann, Erik Marzel und Jonas Urbeck für die deutsche U21-Nationalmannschaft dann auflaufen. Matthias Olsen für die A-Nationalmannschaft von Luxemburg. Also wie ihr hört, da sind einige Spieler in jedem Fall beim FC unterwegs. Ich meine Potoschnik dann eben auch noch für eine Nachwuchstruppe von Slowenien. Also da kommt der ein oder andere Spieler wieder rum. Ist natürlich dann für den alltäglichen Trainingsbetrieb beim FC dann nicht so einfach. Aber wird dann wahrscheinlich voraussichtlich wieder dann mit Spielern aus dem U-Bereich dann gedeckt, dass man da so relativ einen normalen Trainingsbetrieb leisten kann. Und ja, nicht wie unter Steffen Baum hat da gefühlt ewige Tage frei macht. Der FC hat einige junge, gute Talente. Damien Downs und Julian Pauli da allen voran. Bin mal gespannt, wie sie sich bei der U20 von Deutschland machen werden und auch alle anderen FC-Spiele, die dann auf der Länderspielreise sind. Aber das jetzt erstmal als kleiner Vorgriff. Jetzt geht es natürlich dann am Sonntag erstmal auf Schalke und hoffentlich erfolgreich mit einem guten Ende für unseren FC. Das war der kleine Vorgriff darauf. Das war mein FC-News-Video. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wie bewertet ihr die Nominierungen für Julian Pauli und Damien Downs für Deutschlands U20-Nationalmannschaft? Wie schwer würde ein Ausfall von Timo Hübers am Sonntag auf Schalke wiegen? Und würdet ihr Jan Thielmann als Vertretungskapitän da auf jeden Fall sehen? Und was sagt ihr dazu, dass Dijan Lubitsch voraussichtlich beim 1. FC Köln bleiben wird und es dafür eben den Düsseldorfer Tanaka dann eben auf die Insel zieht? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Lasst mir eure Meinungen sehr gerne unten in den Kommentaren da und dann würde ich mich neben euren Meinungen wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus, haut da rein und ciao.